Hey, was geht ab? Vielen, vielen Dank für die Auszeichnung. Schau mal, ich bin hier gerade in Bonn, meine neuen Heimat. Hier ganz in der Ferne sieht man das Poppelsdorfer Schloss, glaube ich heißt das. Zurück zu seinem Podcast. Vielen, vielen Dank für die Auszeichnung. Vielen, vielen Dank für die Auszeichnung für unsere Folge Sexismus in kanakischen Communities. Auch nochmal vielen, vielen Dank an unsere GästInnen, Gülcan, Suraya und Refille. Die haben uns natürlich sehr geholfen, um diese Perspektive darzustellen. Uns war einfach als kanakische Welle ganz, ganz wichtig, dass wir nicht immer nur über die schönen Dinge in unseren Communities sprechen, sondern auch den Finger in die Wunde legen können und auch kritisch mit unseren eigenen Handlungen und Taten sind. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Wir machen das auch in ganz vielen anderen Episoden, also schaut die auch unbedingt an. Und wir würden uns natürlich auch freuen, weiterhin genau in diesem Geiste unseren Content natürlich zu machen. Deswegen, ja, schaut bei uns vorbei und wir freuen uns auf mehr. Auch ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich für diese Auszeichnung. Es ist uns eine wahnsinnige Ehre, diesen Preis zu gewinnen, den Juliane Bartel Medienpreis. Ich weiß, dass ich gleich vor drei Jahren oder so, als ich das erste Mal von dem gehört habe, dachte, das wäre cool, da mal irgendwie nominiert zu sein. Dieses Jahr gleich zweimal nominiert zu sein und dann auch noch zu gewinnen, ist einfach ein Traum mit einem Projekt, was ja gar nicht gefördert ist, sondern wir einfach alleine gemacht haben. Ich bedanke mich bei meiner Mama, mit der ich mich ausführlich für die Recherche unterhalten habe, mit meinen Cousinen, mit meiner Tante und allen anderen, ja, Frauen und weiblichen Menschen und queeren, weiblichen und nicht weiblichen Menschen, die, ja, sich in ihren Haushalten durchboxen mussten, durchboxen müssen. Wir sind mit euch und gegen jegliche, ja, Gender-Ungerechtigkeit und spricht darüber, traut euch und viel Spaß noch bei weiteren Folgen von uns und danke, danke, danke für diesen tollen Preis. Vielen Dank.